hi leute ich bin mal wieder da und es gibt diesmal wieder ein 3 Bierchen Challenge hier und zwar zweimal Quältins und einmal ein jutes leckeres Tu-Borsch und am besten legen wir auch direkt los weil ich wieder mit der anderen Kamera arbeite und die halt ziemlich schnell Energie verliert also stellen wir das mal hier hin sorry ein bisschen verschluckt irgendwie obwohl ich noch gar nichts getrunken habe aber es ist wieder verschluckt aber gut wir fangen mit dem Fältins an ich würde sagen ob los nicht los also salute ja 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 ich bin am gucken hier blinkt das One-In bisschen aber aufnehmen tut es ich weiß jetzt nicht warum die Kiste blinkt es wird ja sein dass es gleich zu voll wird weil ich habe ja immer nur völlige Zeit weil ja die wunderbare SD-Karte da etwas zu klein ist ja ich bin am towns ich bin am auch ich bin ja ich bin ich bin es du Das war's. Vielleicht sollte ich das andere Pilz nicht zuerst kriegen, aber wenn das etwas schlechtere Bier erstmal weg ist. Weil ich bin wirklich kein Fan von Feldheets. Ich mag zwar Pilz, aber das Bier ist ein bisschen komisch. Jetzt fragt ihr euch natürlich warum. Das ist ihr dann geholt? Nein. Ich hab's geschenkt bekommen. Mehr oder weniger. Kaufen will ich mir das eigentlich nie. Halte ich genauso viel von wie von Paul Ader. Mich gar nicht. Oder wie heißt dieses andere? Meistens weiße oder so ne Scheiße. Mach ich auch nicht. Ich hab's geschenkt. Was immer nach kurzer Zeit wird, wird der Magen so hart. Das ist echt unglaublich. Also wie manche Leute sich da 4 Dieter oder so reingeben können, verstehe ich nicht. Dann muss ich sofort potzen. Ich hab's geschenkt. Ich hab's geschenkt. Ich hab's geschenkt. Ich hab's geschenkt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ja ich probiere das jetzt so wie es geht, aber es ist schwierig als Cooper dürfte es ein bisschen besser reingehen Problem ist sogar der Magen ist voll Ich denke viel angenehmer Geschmack irgendwie Die Nase läuft wieder ohne Ende Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020